Heute zum Thema relativer Deckungsbeitrag je Stunde, Stundensatzrechnung. Was kostet denn eine Stunde? Es gibt hier viele Sachen, die haben wir in der Schule gelernt. Stundensatzrechnung, Kalkulation auf Vollkosten. Ich stelle Ihnen jetzt die TOC-Kostenkalkulation vor. Hierzu betrachten wir immer das gesamte Unternehmen. Nehmen wir an, wir haben einen Umsatz. Von 15 Millionen Euro. Und wir haben TVKs, totale variable Kosten. Also alles, was ich an meine Lieferanten bezahlen muss. Von 5 Millionen. Dann haben wir eine Produktivität, einen Deckungsbeitrag von 10 Millionen Euro. Euro pro Jahr. Das ist nicht der Gewinn, sondern das ist das, was das Unternehmen an Leistung erarbeitet. Die Produktivität der Deckungsbeitrag. Wenn wir nun im TOC wissen, dass es immer nur eine Begrenzung gibt, dann bedeutet für diesen Wert, ist jetzt die Annahme, für 10 Millionen, ist ein Maschinenpark zuständig. Eine Maschinengruppe. Diese Maschinengruppe besteht hier aus vier Maschinen. Diese vier Maschinen schaffen 8 Stunden am Tag mal zwei Schichten. Und das mit einem 80-prozentigen Leistungsgrad. Und zwar 220 Arbeitstage pro Jahr. Jetzt habe ich die Leistung und habe die Kapazität meines internen Engpasses. Das ist wichtig. Wir gehen hier vom internen Engpass aus. Und jetzt kommt die Rechnung vom relativen Deckungsbeitrag. Der relative Deckungsbeitrag ist der Deckungsbeitrag, nämlich die 10 Millionen Euro pro Jahr, geteilt durch die Leistung meines Engpasses. In diesem Augenblick heißt es, vier Maschinen, 8 Stunden mal zwei Schichten sind 16 mal 80 Prozent mal 220 Arbeitstage ergibt 11.264 Stunden pro Jahr. So, jetzt kann ich das Jahr kürzen. Und jetzt kommt folgendes raus. Mein relativer Deckungsbeitrag beträgt jetzt 888 Euro die Stunde. Dies heißt so viel, wenn Sie einen internen Engpass haben, Sie haben Rückstände. Und eine dieser vier Maschinen steht eine Stunde in diesem Umfeld. Dann haben Sie einen entgangenen Gewinn von 888 Euro. Ich bin zu einem Kunden gekommen, da sah das ähnlich aus. Lauf rein, ich sehe, dass die vier Engpassmaschinen stehen. Habe ich gefragt, warum stehen die? Ach, es ist Vesper. Okay, dann bin ich hochgegangen, habe die Rechnung gemacht, habe auf einen Zettel geschrieben, 888. Habe ihn angebrannt und zum Fenster rausgeschmissen. Und habe gesagt, so, meine Damen und Herren, das haben Sie gerade verloren. Danach ist es eine halbe Stunde gegangen, dann haben Sie eine übergreifende Arbeitszeit an den Pausen gehabt und das Thema war erledigt. Ich hoffe, auch Sie haben durch diese Rechnung hier ein anderes Bewusstsein, ein anderes Denken bekommen und gehen in Zukunft mit Engpasszeiten, mit Engpassstunden anders um und lassen diese klassische Rechnung erst mal ein bisschen außen vor. Denn wenn es ums Geld geht, um die wirkliche Entwicklung, dann müssen Sie engpassorientiert arbeiten. Ich hoffe, Sie haben hier Spaß gemacht und ich habe hier Ihnen Ihr Bewusstsein geöffnet und ich freue mich zum nächsten Mal, Sie wissen, hier unten gibt es weitere Videos, Ihr Paul Seifritz.